Reden wir über den siebten James-Bond-Roman von Ian Fleming. Goldfinger, veröffentlicht 1959. Das hier ist der James-Bond-Roman, bei dem ich persönlich am meisten zwiegespalten bin. Also zunächst einmal muss man sagen, Goldfinger ist wohl die bekannteste James-Bond-Story, was hauptsächlich am Film liegt, dem dritten mit Sean Connery, denn ich nehme an, der ist allseits bekannt, das war der beliebteste aus den 60ern, kann man so sagen, der erste, der wirklich die Bond-Elemente so richtig etabliert hatte. Und für viele Leute ist Goldfinger der beste Bond-Film, für mich definitiv nicht. Er ist okay, er macht immer noch Spaß, aber ich glaube, ich bevorzuge alle anderen Filme aus den 60ern vor Goldfinger. Aber sei's drum. Was wichtig ist, ich denke, obwohl der Film Goldfinger nicht zu meinen absoluten Favoriten gehört, er ist besser als der Original-Fleming-Roman. In einigen Aspekten. Also bringen wir das Positive hinter uns mit dem Goldfinger-Roman und dann komme ich auf meine kleinen Beschwerden. Es ist großartig geschrieben, natürlich ist es Fleming. Bonds Charakter, immer noch grundsolide, wir haben einen wirklich großartigen Bösewicht mit Ulrich Goldfinger. Sein handlanger Oddjob ist natürlich auch sehr unterhaltsam. Insgesamt hat das Buch auch ein gutes Tempo, eine gute Atmosphäre. Wie gesagt, Fleming kann schreiben. Mein Problem und wieso ich denke, dass der Film in dieser Hinsicht ein bisschen besser ist, der Plot ist nicht wirklich gut. Wir wissen ja im Film Goldfinger, der Plot dort ist, dass Goldfinger mit einer Atombombe quasi die Goldvorräte in Fort Knox verstrahlen will, dann wird das Gold da nutzlos und sein Gold steigt im Wert. Gleichzeitig unterstützt er damit die Chinesen, die die Bombe bereitgestellt haben, jadda, jadda, jadda. Im Buch Goldfinger, also erstens, im Buch ist Goldfinger ein Teil von Smerz, der Organisation der Russen. Und das ist wirklich unnötig. Es fühlt sich einfach ein bisschen dahingeworfen an. Goldfinger hätte einfach für sich stehend ein Bösewicht sein können. Vor allem, weil Liebesgröße aus Moskau hat sich wirklich wie das Ende für Smerz angefühlt. Aber das hier ist jetzt mit Goldfinger der letzte Auftritt von Smerz. Die werden nämlich dann abgelöst als große Bösewichtsorganisation in den nächsten Büchern. Aber Goldfingers Plan im Buch ist es nicht etwa, das Gold in Fort Knox zu verstrahlen. Er will es tatsächlich stehlen. Und das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Und der Film macht daraus ja auch einen Punkt. Und deswegen haben sie es geändert, dass er das Gold da einfach verstrahlen will, damit seine Smerz steigt. Und ich denke, das ist eine bessere Story. Was auch im Film stark abgeändert wurde, ist die Rolle von Pussy Galore, einem der bekanntesten Bondgirls. Ich mag sie nicht, weder im Film noch im Buch. Ich nehme an, sie ist hauptsächlich bekannt wegen ihrem Namen. Im Roman ergibt ihr Name mehr Sinn. Denn es ist vermutlich ein Pseudonym, denn im Roman ist sie die Anführerin einer lesbischen New Yorker Schlägerbande. Und das ist witzig. Das hier ist auch der Roman, da bekommen wir Flemings Meinung zu Homosexuellen und das ist wirklich witzig. Also nicht absichtlich witzig, aber es ist witzig. Und es ist so seltsam, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand darüber beleidigt sein würde. Man fragt sich beim Lesen höchstens, ich frage mich, warum Fleming das hier reingeschrieben hat. Es erfüllt keinen Zweck in der Erzählung und hat mich eher verwirrt zurückgelassen. Dieser Roman hat nämlich kein echtes Bondgirl. Wir haben den Charakter Tilly, ähnlich wie im Film. Im Film wird sie ja quasi sofort getötet. Im Buch bleibt sie für einen Großteil in der Handlung, aber sie tut nichts. Zwischen ihr und Bond entwickelt sich nichts. Und dann in den letzten, keine Ahnung, 60, 80 Seiten wird Pussy Galo eingeführt. Und sie tut jetzt auch nicht wirklich viel, aber dann ist sie am Ende das Bondgirl mehr oder weniger. Also die zwei Punkte, Bondgirl und Goldfingers Plan, ziehen den Roman runter. Aber ansonsten ist hier wirklich sehr viel Geniales drin. Was ich immer wieder zitiere. Dieses Buch hat ein 30 Seiten langes Kapitel, in dem Bond und Goldfinger Golf spielen. Und es ist absolut großartig. Flemming kann etwas beschreiben, das ich persönlich todlangweilig finde, aber er macht es spannend. Das ist ähnlich wie mit den Kartenspielen in Casino Royale oder Moonraker. Ich verstehe kein Französisch, ich verstehe nichts vom Kartenspielen. Aber Flemming kann sowas einfach beschreiben, dass man mitfiebert. Auch als Laie. Ähnliches hier beim Golf. Ich würde also trotzdem auf jeden Fall noch empfehlen, dass man Goldfinger liest. Es ist ein gutes Buch, es ist wirklich unterhaltsam, es hat großartige Momente, einen großartigen Bösewicht. Aber auch kleine Probleme, die es für mich ein bisschen zurückhalten. Und bei denen ich wirklich denke, der Film, ja, der hat da ein paar Sachen verbessert. Also, einer von Flemmings ein bisschen schwächeren Büchern, aber trotzdem noch sehr unterhaltsam. Und nächstes Mal reden wir über mal was ganz anderes. Denn das achte James-Bond-Buch ist kein Roman, sondern eine Kurzgeschichtensammlung. In tödlicher Mission.